Olaf, halte dich fest! Ich weiß, was wir machen! Wir bauen ein Schiff! Ja! Wir bauen ein Schiff! Hä? Was? Hä? Ja? Ja! Hi! Hi Leute! Ich bin's wieder! Euer Olaf Schlebach! Wir spielen heute mal wieder eine Runde CubeSat mit dem... E-holo! Ja! 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 Also, ich lebe auf! Okay! Da ist ein Typ! Hier ist ein Typ! Hier ist ein Typ! Das geht! Ey, der ist neu! Der hat ein Pferd! Digga, was? Digga, was? Digga, was? Ich will auch so'n Kopf! Der hat überall Kopf! Kann... ich... einen... Kopf... Ah, ja! Ich hab den Yolo auch in Geschäftsverkäufer... Ein gespeichert hier auf... Dingen! Gegen... Was? Los wir bauen ein Schiff! Yolo Was? Bauen ein Schiff? Ja, ich habe keine Baurechte Stimmt Okay, warte mal Slash AO Ja, bitte Slash Tell Ja Warte, ich kann nachfragen Das kann auch funktionieren Ich habe einen Topf Hi Ich muss dich Um etwas Bitten Wer war der zu hektisch sein, Leute? Guck mal, Olaf! Hast du so einen Kopf? Guck mal, Olaf! Ja Komm Achso, hast du gefragt Ja, bitte Kannst du meinem Kumpel Äh Baurechte Ich hatte schon mal schreibt Baurechte Äh In unserer Stadt Geben Ich mach dem Typ jetzt erstmal eine Ausführung In der Zeit, wie du das fragst hier Ich denke, warte Ne, das kann ich nicht Warum? Das hätte ich gern mein Gruß Wir nehmen auf Weil ich das nicht kann Achso, achso, äh Nur der Stadt Leiter Leiter Oder Loll, wann kann der hier bauen? Weil der Baurechte hat Ja, der die baut Digga, du baust ihn jetzt einfach um B Ja Hast du das gesehen, was sie hingebaut hat? Ja Digga, wo kann ich den schlagen? Oh man, ist auch keiner da Mein, der Tobi braucht wieder Internet Alter Als ob Als ob der einfach kein Hehehe Weil du deinen Namen geändert hast, kannst du es nicht mehr machen Ja, wusste ich ja da noch nicht Ja Und was wollen wir jetzt machen? YOLO Ja, was? Was wollen wir jetzt machen? Dann spielt mir noch eine Kipp, Bibi, oder? Ja, nö, ich nehme ja auf, ihr Cube seid Ah ja? Ja Ne, das ist ein Let's Play, wo wir hier das weiterbauen Mama Boah Okay, dann, 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 dann Wir bauen das Schiff hier aus Okay, komm Hopp, hopp Ich komme ja gar nicht da drauf Doch du komm, warte, ich baue so eine kleine Brücke Ja, baue so eine coole Brücke Ja Ich baue eine coole Brücke Ja Geh mal weg, ich brauch Platz Ja Braue Braue Der kann fliegen, der kann fliegen Der kann fliegen, der ist grad geflogen Echt? Ja Ja Ja, der Hex Wie? Kann sein, dass der Hex hat, aber Kann sein, dass der Hex hat, aber Wie kannst du fliegen? Digga, was? Digga Ja, genau so Nein Nein, du musst das mit Oakslabs bauen Ja, mach ich gleich Ja, mach ich gleich Oh, der ist Prämie Ich muss, ich muss dem jetzt, dem Olaf Tipps geben, weil ich euch steckt auf dem Server Ja, öh So, er zeigt dir wie Ja, genau Ja, guck Da kann fliegen Der kann fliegen Lol, wie? Jetzt geh doch mal fort Ey Ja, so hoch musst du nicht, du musst ja auch, ja genau so Gut, du nicht Elytra, ach so Ach, stimmt, wir spielen ja in der 1.8 und das sehen wir nett, der hat, äh Wir sind ja jetzt in der 1.8, gelle Oh, ich bin so dumm, ey, ich komm hier nicht mehr raus YOLO Ja, was ist? Wir sind ja in der 1.8, deshalb sehen wir seinen Elytra nicht Wir sind da Ich komm noch nicht noch mehr heim, ey Das ist doch Ich geb hier jetzt gleich home name ein und ich komm nicht mehr heim Vielleicht hast du es anders eingespeichert Ne, hab ich nicht Ich hab's ja von eben noch geschrieben Oh Alter, dann mach ich jetzt slash spawn So, das geht Dann slash Ich komm nicht mehr heim Alles prima Ach, warte, der, äh Get Wie heißt der? O-T-L O-T-L O-E oder so O-T-L Kannst du Sky-Play-YouTube mal hierher T-P-P-E-N Ja, es muss ja irgendwie gehen Als Prämie kann man das Als Prämie kann man das Ich kann dir gar nichts mehr machen, du hast keinen Zugriff auf diesen Befehl So, du hast jetzt eine TP-Nachricht bekommen, ne? Ich weiß, wenn ich dann schlecht TP accept mache, steht da, du hast keinen Zugriff auf diesen Befehl Er muss annehmen Äh, ja, er sagt mir gerade, er hat keinen Zugriff Ich hab gar keinen Zugriff mehr auf gar nichts, warte mal, ich geh mal neue, äh, drauf Nein, was muss er eingeben? Oh Mann, muss es doch gehen Nein, da muss man irgendwas eingeben, das hat mir der Tobi auch gesagt Hier steht not allowed, ich komm nicht mehr heim Ja, ach was Äh, oee Ah Ja, äh, äh, äh Äh Er muss aber Es ist Chaosaufnahme, bitte nimm es Chaosaufnahme Davor was eingeben Irgendwas muss man da eingeben Das hat mir der Tobi auch schon mal gesagt, dass man sowas annehmen kann Wirklich ist so We are going on a trip in our favorite rocket ship We are going on a trip in our favorite rocket ship Ja, was muss er da für ein Äh, eingeben Das ist halt die Frage hier der Fragen ich stehe aus die grünen und tritt in ein feld mit wochen schiebt ich will das aussteuern schalten aber egal ja ach was er muss die bücher lesen hast du die bücher noch nur weil ich hab die vielleicht ich hab die vielleicht noch unten im bunker ich hab sie ja geil das ist ja die chaos ausnahmen kann mir die jemand geben wie heißt unsere stadt ja das geht nicht der frau gibt mal ein slash r e g jetzt macht das nicht tps ja jetzt geht es wieder wer ist guckteile videos noch einfällen was vielleicht die ps hebt was welcher seien so der oetl oder sowas der typ da bist du jetzt mal da ja ich bin jetzt da ja kann doch wieder bauen doch es geht wieder die sachen die sachen die sachen die ich da gerade hinschmeiße darfst du bitte nicht aufsammeln ja ich brauche warte mal ps ist in der aufnahme ha das freut mich leute das freut mich immer wenn ihr sowas wollt ihr screen könnt ihr immer machen die herzchen ja oetl oetl 05 grüße gehen an dich raus n n r ja so meinst du das er kann sogar er ok 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 denn er hat sich immer noch einmal gemacht noch einen hin ja weil ich brauche ich habe nur ich will man gerade ich will gerade ein screenshot von dem machen wie du was abbaust okay warum man hier die werkbank ab weil er war da war immer noch einmal der spitzhacke okay jetzt kann ich nämlich einen titel schreiben jolo kann wieder bauen also was wenn ich nicht vergessen ah warte we going on the trip favorite rocket ship we going on the trip was wollen wir jetzt eher bauen das kino oder das riesenschiff genau jetzt in der stadt ich habe gerade mit dem m was wollen wir brauchen ja was willst du denn bauen das kino ja ja okay komm das ist jetzt nicht zu wichtig das war jetzt ein aufgang warte mal und wie kam wirst du hier her ja ja ich habe hier nur recht mit einer klasse okay okay er gibt es schon im kino okay hast du schon mal schön weitergebaut schön ja going on the trip ja jetzt nur noch da vorne das ding weiterbauen ja ja da muss auch eine leinwand hin hey guck mal jetzt müssen wir mal auf Tintenfischjagd gehen wir brauchen ja Inkssäck ein Freund gehört statt ähm Inkssäck um so rote äh schwarzwolle machen zu können wo du brauchst dich ach so ja Tintenfische sind da genau ich jag mal Tintenfische ah der Typ ist in unserem Haus ja ja lass den ruhig der ist cool der ist korrekt und ein going on the trip komm bauen ein Kino kommt der mit äh guck mal äh Tintenfische sind da hinten ich brauche ich brauche ich baue mir mal ein Boot ja ich kann das hat er schon irgendwo ein Haus vielleicht will er neben uns ne der hat äh äh willst du hier irgendwann mal hier ein Haus ich frag den mal aber ich benutze einfach mal meinen Bogen ich benutze ihn ja sonst eh nie going on a trip ok ich kann nicht benutzen nice ha 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 ich wurde einfach lol ha hm 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 willst du hier ein Haus er hat noch nicht geantwortet hüpfe ich muss mal langsam mein Inventar ja ich sollte das gratis bekommen ne da gibt die Dächelte sonst müsste ich dem das ja kaufen und ich weiß nicht wie man dem das übertragen kann weil der Tobi hat mir das Grundstück gekauft und hat mir das übertragen das ist das der ist korrekt hast du schon ein paar Tinten Sachs 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 so ich guck mal wie lange wir aufnehmen schon ein paar Stunden der ist hinter dir ok ähm Leute wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ja wieder wieder dann haben wir auch ein paar mehr Tinten Leute hat mir was geschenkt ho lol Tinten nice nice danke hehehe 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 den zeh ich mir mal an für die nächste Folge ok wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ja sag mal tschüss 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 Leute da hat ein Pokémonhut was da hat ein Pokémonhut tschüss ich sehs ok dann warte dann üh geih ich sehs warte ihm guck